hmmm okay ja das hat es vorgebracht wir fahren mal ein paar flaschen durch die gegend äh eigentlich sinnlosig weil ich ja eh so nichts hab um verdammt so nicht man das war eigentlich klar, dass das nichts wird aber wir schaffen das nur irgendwie so auch nicht zwei tage später keine strecke wieder hoch hier oben passiert auch nichts also kein loch mit dem ich einfach in die tiefe springen könnte so erst recht nicht so 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 oh god ich hab's geschafft leute das wurde aber auch mal zeit so 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 oh nein oh oh ich mag nicht äh schafft man den sprung überhaupt ist da irgendwo ein knopf oder so ähm ähm okay hm hm was ist hier unten so 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 hm hm okay boah boah dann äh kann man nichts anderes tun als versuchen fürchte ich ja ich meine wär zu weit naja gut bleibt nichts anderes über gerade und und ja so nicht ja oh 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 nein äh Moment ich meine kommt leute das habe ich geschafft aber okay wenn man dazwischen fällt dann geht das auch habe ich gesehen ich muss nur richtig fallen ähm aber zu der truhe komme ich irgendwie zu der truhe hm probieren wir es nochmal äh äh so okay sind wir halt hier unten bei den tünten fischen jut da ist noch eine truhe äh so hey cool ganz viel neues zeug zieh ich mir doch mal direkt an so hm 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 ja so wo sind wir eigentlich hier ähm save point Und... Freiheit... Leben... Sterben... Okay. Äh... Freiheit... Leben... Und Sterben. Jo... So... Hm... Jo... Jetzt ertränke ich hier... Hm... Wie geht denn das? Gut, das war nix. Ähm... Können wir mal hier rein... Oh... Hä? Hä? Oh! Aua! So... Ja, das war... gut. Oh... Oh... So... 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 Oh... So... Oh... So... Okay... Da waren wir noch nicht. Okay. Freiheit ist nichts wert ohne das Leben. Das Leben ist nichts wert ohne zu sterben. Sterben macht das Leben lebenswert. Ja, ist was dran. Hey, guck mal da. Oh, jetzt muss ich da hoch, irgendwie. So. Hallihopp, so. Ganz viele schöne Sachen für mich. Ziehen wir doch direkt mal an. Ähm. Ja. So. Was haben wir denn hier? Hier. Okay. Hm. Das heißt, die ganze Zeit um die Ecke springen. Das ist ja mies. So. Hm. 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 Ähm. Alles mal kurz hängen geblieben. So. Ja. Und hopp. Hopp. Uiuiui. Ähm. Hopp. 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 Ui. Geht ganz schön tief runter. Hopp. 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 Hm. Sonst ist hier nichts. Hopp. 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 Uiuiui. Wie auch geht denn das noch? Oh. Oh. Äh. Ja. Ein bisschen aufpassen, dass man auch schon nicht übermütig werden. Uiui. So. Oh Gott. Das geht ja noch relativ weit nach oben. Hm. 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 So. So. Und hopp. 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 Äh. Oh. Okay. Und nochmal. Das Ganze. So. So. Und so. Oh Gott. Ja. Jetzt habe ich echt drauf runterzufallen. Äh. Äh. Ja. Oh Mann. Okay. So. 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 Und hopp. Hopp. Uiuiui. Hopp. Und. Und und. Yay. Geschafft. Puh. So. Oh. Kann man nicht öffnen. Okay. Ich mag es nicht, wenn ich die Truhe nicht öffnen kann. Oh. Okay. Ähm. Ja. Okay. So, also hier lang. Und. Äh. Was ist das denn? Ein Truhenlabyrinth oder was? Okay. Ähm. Das ist auch was Neues. Joa. Hm. Wo ist denn hier der Ausgang? Okay. Ah. Hm. Okay. Also die Aufgabe ist jetzt, dass ich mich nach nützlichen Sachen umsehe. Lungumat ist eine alte Handelsstadt, welche den Schattenmenschen und den Lichtmenschen neutral blieb. Und sie wurde noch bis 1955 genutzt. Hm. Okay. So. Dann suchen wir doch mal nach nützlichen Sachen. Hm. Was haben wir hier? Oh. Gekochten Fisch und rohen Fisch. Hm. Rohen Fisch brauche ich jetzt nicht unbedingt. So. Sonst noch irgendwas? Oh. Das selbe Prinzip. Oh. Der hat auch Fisch zu verkaufen. Ich glaube, hier ist der kleine Fischmarkt. Oh. Okay. Man müsste das eigentlich bezahlen. Pssst. Hat keiner gesehen. Das auch nicht. Pssst. So. Ähm. Was haben wir hier? Buch für 70. Äh. Nö. Danke. Ich bin ungebildet. Ich lese nicht. Ähm. Nö, nö, nö. Gut. Alles klar. Äh. Fischmarkthafen. Okay. So. Höh. Alles klar. Ähm. Ja. Hat viele Knöpfe, das Gebäude. Okay. Ja. Wird wohl keiner irgendwas Interessantes machen. Ich kann die Tür aber auch so öffnen. So. Äh. Diamanten. Und eine Batsche. Das ich eigentlich mal benutzen könnte. Gute Nacht. Uah. Hab ich gut geschlafen. Ich glaube, ich hab nicht mal geschnarcht. So. Ähm. Ähm. Ja. So. Hier sind wir in... Ich denk mal, das ist irgendwie eine Art Hotel oder so. Ähm. Oh, ne. Ja, so eine Art Restaurant. Okay. Wir haben kein Hunger. Wir haben kein Hunger. Also können wir weitergehen. Ähm. Ja. Theater. Ach. Ja. Heute wohl nichts im Programm. Nehmen wir die Diamanten noch mit. So. Also bisher hab ich nichts Nützliches gefunden, außer ein Haufen Diamanten und ein bisschen Fisch. Aber... Ja. Könnt ihr noch kommen. So. Was haben wir hier? Da ist ein Cut in der Landschaft gewesen. Ähm. Ich glaube, ich bin wieder auf dem Fischmarkt. Kann das sein. Jupp. Ja. Ähm. Könnte noch was sein. Oh, vielleicht hier oben. Hm. Was ist das? Eine Zelle mit Ausgang? Keine Ahnung. Vielleicht auch so... Ein Wachturm oder sowas. Man weiß es nicht. So. Gehen wir einfach mal nach hier hinten. Hier hätten wir auch eine Brücke. Und... Ja. Da gehen wir doch einfach mal drüber. Ähm. Oder? Ach ne, hier ist noch ein... Ja. Keine Ahnung, was das sein soll. Ein Weinkeller oder so. Oh. Das ist doch mal schön gestaltet hier. Hier sind noch ein paar Gebäude, in denen ich noch nicht war. Ach, Diamanten. Noch mehr Diamanten. Und Eisen. Eisen könnte sich das nützlich erweisen. Lebensmittel. Oh, ein Steinschwert. Okay. Was haben wir hier noch? Auch aus Steinen, die dir in den Weg gelegt werden, kannst du etwas Schönes bauen. Erich Kästner. Ah, da zieht jetzt jemand Kästner. Okay. Boop. Yay. Brot, Diamanten. Was haben wir denn hier? Äh, ja. Diamanten. Ist sonst nichts nützliches. Trifft die Ziele und gewinne einen Preis. Ah, cool. Ähm. Versuchen wir uns auch mal unser Glück. So. Getroffen. Kommt da was? Hm. Muss ich alle Ziele treffen, bevor da was kommt? Probieren wir es mal. Getroffen. So. Vielen Dank.